Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute mit dem großen Problem, das wir das letzte Mal besprochen hatten. Und zwar, wenn ich das jetzt hier so habe, dann habe ich keine Möglichkeit, hier meinen Count wirklich rauszurechnen. Ups, das heißt, ich kann das, also es wird quasi wirklich über JavaScript berechnet und nicht in Python direkt. Und ja, dadurch kann ich das natürlich nicht einfach auslesen. Das ist ein kleines Problem, das man aber fixen kann. Und das wollen wir heute ganz kurz uns angucken. Und zwar können wir das mit NumPy machen. Und das heißt, wir bauen eigentlich gar kein Histogramm über Plotly Express, sondern wir bauen das Histogramm über NumPy. Das heißt, wir sagen hier einmal Count und einmal Bins zum Beispiel ist gleich und bauen uns das Ganze über np.histogram und sagen hier, wir geben den, ups, das wollte ich nicht, wir geben den Datensatz natürlich 8 rein und holen uns was davon. Naja, Punkt Total, ja, Bill. Das ist genau das, was wir hier oben drin haben. Und am Ende sagen wir hier Bins ist gleich in der Range von 0 bis 60 mit jeweils 10er Abschnitten. Ne, Moment, wir haben hier 10, das heißt, wir müssen 5er Abschnitte haben, oder? Schau ich gerade nochmal kurz nach. So, ähm, ja, wir haben 5er Abschnitte, das heißt, wir brauchen hier nur in 5er Schritten das Ganze zu machen. Also in Range von 0 bis 60 und mit 5er Schritten dazwischen. So, und dann haben wir hier tatsächlich die Möglichkeit, diese Counts auch wirklich zu akzeptieren und haben tatsächlich hier auch die Möglichkeit, das auszulesen. Also natürlich, falls wir damit arbeiten müssen. Und ich packe das jetzt mal hier oben drüber, denn wir bauen uns jetzt eigentlich ein neues, äh, eine neue Figure, die wir printen wollen oder die wir ausgeben wollen. Eigentlich ist das Fig 9 jetzt und die definieren wir jetzt nicht mehr als Histogramm, sondern als Px, also auch wieder Plotly Express Punkt Bar. Und diese Bar kann natürlich genauso gut ein Histogramm sein, das definieren wir ja quasi. Also wir sagen hier an der x-Achse sitzen die Bins, an der y-Achse sitzen die Counts, die wir hier oben berechnen lassen haben. Und dann kann ich hier eigentlich direkt mit meinem ganzen Code das Ganze ausführen und wir vergleichen das jetzt mal ganz kurz. Da werden wir nämlich ein kleines bisschen was feststellen. Das sehen wir jetzt hier. Und zwar y, ups, sorry, y hat die Länge 11, das wären die Counts, während die Bins, also x, haben die Länge 12. Und das sind die Bins. Das heißt, wir haben zu viele Bins, zu wenig Counts. Die Dinger sind irgendwie anders berechnet und das ist auch richtig so. Denn in den Bins, da liegt irgendwie noch was drin, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Das heißt, wir sagen jetzt hier, wir definieren uns die Bins neu und zwar als Bins von Anfang bis Minus 1. Das heißt, wir lassen das letzte Element weg, also quasi Bins von Minus 1 lassen wir hier weg. Und wir sagen, wir nehmen uns noch irgendwie die Bins von Anfang bis Ende durch. Das heißt, 1 bis Ende. Und die müssen wir jetzt irgendwie verrechnen. Wie machen wir das? Naja, wir sagen hier, wir addieren die einfach aufeinander drauf. Damit haben wir sozusagen die ganzen Elemente, die da reingehören, aufeinander aufsummiert und haben sozusagen den letzten und den ersten Bin zusammen gemanscht. Und damit haben wir quasi ein Bin. Jetzt haben wir allerdings noch ein Problem. Wenn wir alle Bins natürlich aufeinander drauf addieren, dann haben wir im Endeffekt das Doppelte hierbei. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze aussieht. Das sieht dann so aus. Und wir sehen hier bei dem Wert hier, x gleich 35, sind wir bei y gleich 67. Hier haben wir 33... Ah, nein, das passt sogar richtig. Wir haben hier 24 plus 43. Ich glaube, ich mache mal kurz die Trennung der Geschlechter hier oben raus, damit wir das besser vergleichen können. Ähm, hier, das will ich raushaben. So. Und dann sagen wir hier, fick, 8.show. So, nur dass wir die beiden eben direkt vergleichen können. Guten Tag. So, also wir haben hier eigentlich ziemlich identisch aussehende Bins. Und dadurch, dass wir eben die zusammengepackt haben, natürlich hier bei dem einen Diagramm hat man hier ein bisschen weniger Platz. Bei dem Bar-Diagramm hat man automatisch, ich glaube 0,2 ist das, was die hier gemacht haben. Wir haben hier oben nur 0,1 gemacht. Aber dadurch haben wir jetzt natürlich diese beiden Diagramme. Und ja, das ist jetzt die Variante, wie ihr quasi eigentlich kein Histogramm in dem Sinne erstellt über Plotly, aber über NumPy. Und das dann hier quasi reinpackt. Wie gesagt, der Vorteil hierbei ist jetzt, ihr könnt... Pyrinth, genau, man kennt das Pyrinth von mir. Wir können mit den Counts jeweils weiterarbeiten. Das ist das Schöne dabei. Okay, das sind sehr viele offene Tabs. Es tut mir leid. So, und wir haben eine Liste mit 1, 16, 63, 67, 41, 24, 24, 16, 6, 5, 4 und 1. Und ja, das ist jetzt tatsächlich das, was wir hier auch verwenden können wiederum, wenn ihr das wollt. Es gibt allerdings auch noch eine andere Variante. Wenn ihr halt die Zahlen nicht braucht, dann... Also, wenn ihr die Zahlen nicht benutzen wollt weiterhin, das heißt, die Counts verwenden wollt hier oben, dann könnt ihr auch diese einfache Variante benutzen. Wenn ihr es allerdings ein bisschen weiterverwenden wollt für irgendwelche prozentualen Werte oder sonst irgendwas, dann könnt ihr hier diese Counts benutzen. So, und nächstes Mal schauen wir uns nochmal was zu Histogrammen an. Und ja, wir hören uns wieder dann. Bis dann. Ciao.